Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Pulse of Darkness, immer noch im Tower von Markus, dem schwarzen roten Turm. Und wir sind dem letzten oder vorletzten Level, ich glaube vorletzten, und haben uns hier schon ein paar Mal mit Magiern geprügelt. Und das werden wir einfach noch ein paar Mal machen. Huppala, hallo. Okay, das erfordert... Du? Ja, naja. So, du bist weg. Dich haben wir auch. Mal schauen, wer hier noch zaubern könnte. Ihr drei. Du nicht. Du auch nicht. Oh. Ja, das machen wir so und so. So, jetzt müssten wir eigentlich alle erwischt haben. Bitte sehr, bitte sehr. Wer denn jetzt noch? Jetzt ist jetzt schon die zweite Runde, also trotzdem sind wir noch alle vor uns dran. Du und du. Okay. Das war der Falsche. Du auf jeden Fall. Upsi. Ähm, Schal... Ah, jetzt hast du dich selber umgebracht. Das war richtig schlau. Aber gut. Ähm, wir müssen mal uns kurz um Schal kümmern. Nee. Nix von Bedeutung. Nö. Okay. Ja, das kommt schon mal vor, ne? Also, Lightning Bowls in engen... Äh, engen Räumen. Äh, so. War's das jetzt? Sind ja noch... Nein, da sind ja natürlich noch mehr. Clarics, Bathe, Huge Monsters in a Ghastly Fountain. Irgendwie. Okay. Äh, äh... Ich glaube, wenn wir die, ähm... Diese einzelnen Räume nicht vorher ge... Ähm... Ähm... Also, die, die, ne? Leute da drin nicht vorher bekämpft hätten, würden wir die jetzt hier alle antreffen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm... Auf jeden Fall haben wir hier zwei Gruppen. Das ist ja erschreckend fair. Ähm... So, du musst mal weg. Ne, das wäre jetzt nicht so hilfreich. Gut. Sehr gut. Sehr gut. Äh... Einfach, um es nochmal auszuprobieren. Ich glaube, das heilt die Viecher. Uh, wäre fast schiefgegangen. Schau mal. Ja. Nee. Ah. Okay, unterscheiden sich doch etwas von Komposthaufen. Äh... Weil die wären geheilt worden von dem Ding. Okay. Okay. Was haben wir hier? Hm. Tschüss. So. Hm. Und das Ganze haben wir wofür gemacht? Äh... Für gar nix. Das ist so frustrierend. Ne, will ich nicht. Congratulations. Ja. Ist hier irgendwas? The clerics left a few things behind. Das ist... Und wir ist jetzt... Wir verwalten jetzt den Nachlass. Aha. Okay. Dafür haben wir es gemacht. Da oben. Ähm... Wer kann denn noch Boots of Speed gebrauchen? Du. Du nicht. Du auch nicht. Boah. Der andere Kram... Bis wir wieder zu identifizieren kommen, ist es eine eh zu spät. Ich glaube, das ist nur Standard-Kram. Also eine Staffsling ist sowieso nicht praktisch, weil die zweihändig ist. Ähm... Und die beste... Und selbst eine Staffsling plus 4. Wir haben eine Sling... Wir haben eine Sling plus 4, die einhändig ist. Quartus, was auch zweihändig ist, ist auch unpraktisch. Cleric Skull brauchen wir auch nicht. Dann nehmen wir noch die Maze mit. Die können wir ja mal testen. Ähm... So, jetzt hast du erst mal... Jo. Und... Taku minus 6. Und... Äh... Minus 3. Und eine Maze of Disruption gibt es in diesem Spiel, glaube ich, nicht. Na gut. Im Moment haben wir noch Platz. Äh... Ne, wollen wir nicht. Sonst noch was? No. Gut. Ja, dann sind wir hier, glaube ich, fertig. Äh... Haben wir alle Bewohner gek... Nein! The Black Circular, what's left of it? Summons Allies. Das ist putzig. So, was habt ihr denn? Okay, 4 Earth Elementals. Nehmen wir an, hier ist auch wer. Ne. Nur die da. Das ist, was von Black Circle über ist. Zwei Magier. Gut. Ähm... Ja, bitte, wenn du meinst, dass das hilft. Nur lauf da nicht so viel rum. Okay, viel ist von Black Circle also nicht mehr über. Und, äh... Und die Reste auch noch kurz weg machen. So. Ich brauche nicht, brauche nicht, brauche nicht, brauche nicht, brauche alles nicht. Super. Können wir jetzt hier mal weiterspielen? Oder hast du noch irgendwas vor? Hm. Ähm... Hm, 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 hm. Was haben wir denn hier? Oh. Gut. 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 Dann gehen wir hier mal aus dem Loft wieder raus. Äh... Part goes up. Ja. Machen wir mal. Evil Allies. Ach, guten Tag. Hey, passt bei. Äh... Ja, bitte. Bitte, bitte. Gerne. Hes... Lassen Sie uns durch. Wir sind Evil Allies. Ja, es ist, äh, es ist, äh... Ja, gut. Okay. Äh, Stein reads, äh, irgendwas. Äh, das lesen wir uns, wenn wir rausgehen. Wear it by conjuring, mages of the black circle sprawl on the floor. Achso, ihr ruht euch hier aus. Behind them giant shambling shapes stand motionless. What do you do? A hand clap brings the monsters to... Äh, okay. Wer hat das gemacht? Das ist, ist, ist jetzt ein bisschen doof. Wie viele sind das denn? Das sind... Oh, das sind ein paar. Drei. Na, zwei. Gut, das geht noch. Ähm... Ja. Och, immer auf. Was habt ihr denn gegen Schal? Verdammt nochmal. Äh... Wo haben wir... Cone of Cold? Haben wir hier... Wieso habe ich noch dreimal Old Monsters? Das muss ich mal ändern. Dich treffen wir nicht. Egal. Hm. Oh. Okay, da eine... Moanda Bit ist schon... Ach, dich habe ich ganz übersehen. Danke, dass du uns darauf hinweist, dass du noch da bist. Lieb von dir. Ähm... Okay. Okay. Hm... Nee. Okay. Brauchen wir alles nicht. Hurra. The Black Mages have escaped. Oh. Black Mages return. Ne, das ist... Das ist... Das ist gut. Ich will doch nur lesen, was auf dem Schild stand. Mensch, habt euch nicht so... Das kann doch nicht so schwierig sein. Ne, geht. Wollen wohl nicht, dass wir das lesen. Gut. Dann also hier hin. Hüppala. Okay, okay, okay. Gut. Mhm. Plopp. 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 Ne. Oh, noch einen. Come on. Den krieg ich jetzt sogar Schal kaputt. Ach, die können ich mal heilen. Ähm. Ne, ich wollte gerade sagen, kann Krusani ja mal machen, aber kann sie nicht, weil wir nicht hinkommen. Du hast doch auch... Also nicht. Gut. Ja, putzig. Ja. Ja, hehehe. Ich wusste gar nicht, dass sie das können. Ne, können sie. Äh. Ah, nöp. So, was stand hier denn? The Manufactory of Moanda. Ach so, hier stellt ihr die Bits her, oder was? Hm? Ne, weil die kommen doch von Moanda, sind ja Bits of Moanda. Also, macht die hier irgendwie, weiß ich nicht, Makramee? Oder, äh, äh. Vielleicht werden die, ähm, im Rohzustand aus Moandas Körper geschnitten und hier dann, äh, weiterverarbeitet, dass sie dann tatsächlich Bits of Moanda werden. Hm. Whatever. Ja, ja. Ach so, ich wollte ja... Das sieht wichtig aus. Was ist das hier? The Card of Moanda is gathered here, bowing to great monsters. Ja, natürlich. Verbeugt euch vor den Monstern. Defender of Sprouts from the Heathen! Ja, das sind wir. Wir sind die Heathen. Oh! Okay. Ist ja egal. Wichtig ist eh, dass die beiden Feuerwille durchkommen, weil sonst haben wir hier echt ein Problem. Wir stehen ja direkt vor der Wand. Ist auch lustig, dass wir nicht vor der Tür stehen, durch die wir gekommen sind, sondern vor der Wand. Also, erstmal die hier. Obwohl, die zaubern ja kein Lightning Bolt. Die zaubern ja Blade Barrier. Was auch ärgerlich ist. Lass das mal bleiben. Ich sagte, ihr sollt das bleiben lassen. Jetzt kann ich da aber nicht hin. Das ist doof. Ja, gut. Hey, 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 hey. Äh, äh. So, jetzt müssten wir alle erwischt haben. Das ist ne gute Idee. Und wir finden... Natürlich nix. Fragments of wonder spring to life. Oh. Okay. Nachdenkliche ist das drei Stück gleich. Ähm... Lululululululul. Guten Tag. Ach, come on. Also natürlich hast du kein Magic Missile mehr. Neh, 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 neh. Bist du also nicht getroffen? Und war das nicht eben noch ein großer? Bin ich so blind? Ne, ist nur ein kleiner. Okay. Na gut, weil der war. Nura. Das war alles hier. Ne, geht. Äh, ja. Okay. Mal gucken, ob wir hier irgendwo rasten können. Natürlich nicht. Äh, äh, äh. Äh, ähm. Äh, äh. Äh, äh. geh mal weg du bist auch weg und du bist zumindest kein problem mehr du bist auch weg ja ist egal so ich habe hier doch auf dem level schon gerastet oder verdammte axt hier nicht hier vielleicht irgendwas das sieht irgendwie klausel das ist gut okay ach das ist wieder so eine treppe also so ein durchgang dieses schwarze hier das da goes down von unten kommen wir was haben wir denn hier you enter the temple of transformation okay okay also aus dem wessel von moanda das ist ich weiß nicht ob das schon irgendjemand klar gemacht hat hier das ist auf jeden fall das was da oben am turm festgemacht ist und da muss irgendwie eine form von von portal drin sein und zu zu da wo moanda ist und da quillt irgendwie ein bisschen seines körpers raus und das schneiden sie ab und dann machen sie da bits of moanda draus das ist alles ziemlich ekelig you step rarely among evil groups wrapped in a foul worship what do you do move you stand in sick awe before the vessel of moanda the temples altar is a great bowl of stones suspended in the air alongside the tower it's currently overflows with the sickly green fluid the life juice of moanda der lebensaft von moanda kränklich grün naja spouts and gutters around the bowl will catch some of the oily icker and fun it down to the tower's dark fountains da haben sie jetzt auch noch springbrunnen für das hat alle bescheuert the west spills out into the air and settles as a foul haze upon the elven court far below okay also der regen der hier im elven court niedergeht das ist das ist körperflüssigkeit von moanda und das ist eine information die wir gerne nicht gehabt hätten weil wir haben uns eine weile in diesem regen aufgehalten als wir unten waren seinerzeit das ja okay schön naja was man nicht so alles erfährt hier es regnet körperflüssigkeit das ist ne ne nicht schön ähm the rest will the vessel seems to be moving slightly but then you realize that it is fixed in the air it is it is the tower which sways in the chill breeze ja der ist ziemlich hoch und der turm natürlich bewegt er sich oben an der spitze auch ein bisschen äh bevor wir kommen und äh da gucken ob wir es soll was haben wir hier someone uses it off okay ja ich war moment wo ne ich war irgendwie habe ich das gefühl ich bin hier an was vorbeigelaufen ja ja wir gehen mal hier außen mal rum aber hier schon ja ja von hier sind wir gekommen aber genau hier war ich noch nicht okay a huge diagram sprawls over the center of this room mhm a line of muandas breasts ja hm guten morgen beasts trotches endlessly around it okay so wie bei äh ritter der kokosnuss ja jeseo domine äh what do you do äh listen over clombing feet you hear a soft chant muanda lives animals die tschuldigung das ist ein ziemlich einfaches slogan ihr solltet in die politik wechseln muanda lives animals die äh ja hm it's a circular diagram you see an evil cleric at its center du willst mir nicht sagen dass ich den vorher nicht gesehen habe obwohl die sind sich so eng hintereinander um das ding rum gelaufen dass wir nicht reingucken konnten wer in der mitte steht he reads the name from the scroll menschuhen a beast grunts and vanishes aha ja das ist ja hochinteressant ihr gebt hier äh 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 ähm äh aufträge aus ich nehme an also black circle ich nehme mal an ihr wollt menschuhen umbringen ja weißt du was wir greifen einfach an once you break the circle the beats attack ja da hab ich mir gedacht wo ist denn der priester hin hier war doch noch irgend so ein bennheit typ hm äh 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 weißt du was die sind nicht so wichtig dann machen wir einfach machen das einfach mit magic missiles das müsste ja reichen oh das sind zwei hm äh ok vorher genauer gucken sollen egal wird trotzdem funktionieren so was du macht du triffst nicht das ist ja lästig du stehst da ein bisschen blöd gut 20 werden wir nicht schaffen also lieber eine magic missile ah so schön juhu hihihi gleich zweimal edge patch so jetzt kommen wir da allerdings nicht hin weil es ein bisschen doof ist äh aber das ist ja egal dafür haben wir ja magic missile tschüss wo ist denn der priester hin hey priester hm nee der ist wohl abgehauen ohne dass wir es mitgekriegt haben nee gut hm ja würde ich sagen machen wir hier einfach beim nächsten mal weiter gucken wir mal was wir hier noch finden ähm wir können im temple of transformation noch für unruhe so finden aber wir suchen vor allem noch den kollegen markus der muss ja auch noch sein und die schwester von charl die zufällige zwilling schwester ähm die muss ja auch noch irgendwo rum rum eiern hier ja da würde ich sagen sehen wir uns hier beim nächsten mal wieder äh mit dem äh penthouse vom turm von markus ok ja da sehen wir uns hier wieder bis dahin tschüss 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 tschüss